Entering the Pit Das ist ein Ja gut So eine Art Senkrechtstarter Wahrscheinlich soll das sein Auch nicht schlecht Hier haben wir viele Dieser Dinger Das ist so eine Art Hangar Oh Ja verdammt Zack Muss man sich hier dann auch beeilen oder wie Dann hoffe ich mal Dass hier kein Secret ist Zurück kommen wir wahrscheinlich nicht mehr Oder Aber jetzt sind wir hier Na gut Oh Oh Also Ach verdammt Da bin ich für den Alle Leute reingerannt Aber so richtig Oh warte Den hier möchte ich natürlich nicht vergessen Zack Zack Dann machen wir das jetzt so Erstmal die beiden Weg Hui Hui Okay Okay Ah Oh Da wurde ich auch nochmal erwischt Ja böse böse Weil Ah Lol Waren das Commander Keens Oder was Ach die haben das dann Oh Aufgemacht Mehr oder weniger Ja nicht schlecht Man hat sich Man hat sich da diesem Trick bedient Dass die Commander Keens Da Wenn sie alle sterben Was auslösen Nehm ich mal schwer an Haben will Ich hab immer noch keine BFG Wir haben jetzt halt echt schon Map 8 von 10 Und ich hab noch keine BFG Das ist bitter oder Ich denke schon Okay Oh Mist Was ist denn los Ich mach ich gerade echt schlecht aus Zack Ja nice Ja nice Finde ich gut Mir ging es nämlich echt nicht so toll Das finde ich sehr gut sogar Da sehe ich eine blaue Rüstung Die ich echt auch gerne hätte Nur die Frage Wie kommt man da hin Von hier aus Wahrscheinlich eher nicht Das wird später Wahrscheinlich erst Relevant werden Na hier könnte man theoretisch dann auch noch Oh Hä Blöde Lost Soul Eine Sache Eine Sache finde ich immer noch Auf der Map Bisschen komisch Und zwar Das da hinten Sieht nämlich so aus Wie als Würde es da dann No Come on Ach really Als ob ich da jetzt nicht nochmal hochkomme Das hab ich doch vorhin auch hinbekommen Sehr sperrig hier Ja aber Scheint echt nichts zu sein Sind wir praktisch unter Unter dem ganzen Unter der ganzen Nava gewesen Oder was Zumindest sollte es Von der Atmosphäre her so Rüber kommen Sind halt echt so Ein paar der Tricks Die man sich hier bedient Und die sind echt cool Nee Da kommen wir auch nicht so einfach durch Ja was mach ich dann hier Ah Das hier Und vorsichtig sein Das mach ich hier Am besten Nice Okay Okay Irgendwo ist da auch noch Ein Gegner Aber Wenn man zu dem kommt Keine Ahnung Obst Zack Zack Ja der ist da oben Irgendwo da Nice Ah Okay das ist eine rakete auch nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht war ich hier eigentlich hier drin ich glaube nicht allzu viele gegner haben wir ja auch nicht mehr ich möchte dich doch nur so gerne besitzen bfg ich glaube ich habe was gesehen oder auch nicht mann wie kriegt man das wohl auf drucken werde ich nicht dürfen denke ich mal ich habe besser gesehen da drin glaube ich oder ja auch nicht dass man hier splash damage durch ballert und dann irgendwas damit triggert ne keine ahnung keine ahnung leider was man machen muss um an die bfg zu kommen ich hätte gerne eine ahnung was man machen muss um an die bfg zu kommen weil dann hätte ich eine bfg endlich oje ok Okay. Ja gut. Auf die Entfernung ja ganz klar, was man macht. Einfach Chaingun. Oh, was aber denn hier schön ist. Das hier ist jetzt der Hangar auf jeden Fall. Hier starten dann die Dinger. Und ab in den Weltraum. Wie haben wir das jetzt aktiviert? Ich meine, ich will mich nicht beschweren, aber wie? I don't know. Ich muss irgendwas gemacht haben und das hat das dann ausgelöst. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass ich hier hinten reinkomme irgendwie. Das hier sieht sehr stark nach Exit aus. Ha. Ah ne, keine Ahnung. Jetzt war die Blaue Gistung gerne, aber so wichtig ist es nicht. Oh. Ja, never mind. Wir kommen immer noch nicht rein. Jetzt dann. Ach komm schon, ich werde hier weggedrückt. Ich bin stärker. Ich bin der fucking Doomguy. Kannst mich niemals erwischen. Zack. So. So läuft das. Okay. Ist hier dann auch das Exit? Oh. Wahrscheinlich ist hier das Exit. Ja, gut. Nee, hä? Ja, krass. Ja, krass. Nice gemacht, auf jeden Fall. Sehr nice gemacht. Aber ich nehme mal schweren Backtracking ist ab hier dann vorbei. Heißt, ich werde hier meinen, äh, Secret Speicherstand benutzen. Dann kann ich mit dem anderen Speicherstand dann noch das Secret holen. Ach nee, warte mal. Ich habe ja jetzt ein neues Spielzeug. Oh, ist das nicht gut erwischt. Ach komm schon. Ah. Nee, das wird hier nicht so einfach mit der BFG, die hier, gut einzusetzen. Das hier könnte ganz gut erwischt haben. Jetzt. Okay, dann. Na, noch einer. Na, vielen Dank. Nice. Dann. Okay, hätte ja sein können, dass auf der Hinterseite vom Teleporter noch was wäre. Aber gut. Dann hätten wir Mission 8 auch schon completed. Nicht schlecht. Wir sind ja bald fertig mit der Watt. Aber gut, dann sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao. Okay, das Secret. Zack. Eine Supercharge. Und da.